Was geht ab, Leute? Hier sind heute Leute Games. Willkommen zurück zu Returnal. Wir stehen vor dem Boss. Gehen wir es an. Ja, das ist ein verdammtes Drecksviech. Geh raus. Geh raus. Hör doch mal vor, Leute. Oh, der Schaden, die wir machen. Das ist irre. Nr. 1. Sion. Fabelwesen. Wir haben auch ein FF-13. Als Beschwörung. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Haltes Drecksviech. Ich seh dich noch nicht mal. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, wir stehen neu. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Boom. Das ist ein bisschen. Woah. Nice. Oh wow. Shavis nice. Mmm. Yaoh. Jaoh. Yeahoh. There. Yeahoh. It's not a bad thing. It's not a bad thing. Ah, fuck. Ah, fuck, ey. So hart konzentriert. Oh, wow, fast. Kurz davor. Oh, mein Herz, ey. Oh, es war so knapp. Es war so knapp. Das kann ich aber auch nur einmal verwenden, ne? Oh, jetzt habe ich gar keine Heilung mehr, nix, ey. Oh, es hat nicht mehr viel gefehlt, ey. Die Konzentration war zum Schluss hinüber. So knapp, ey. Alles gegeben. Alternate Fire. Alles mögliche. Ey, jetzt verreckige ich 100 Bruch wieder zum Schiff. Boah, dann müsste ich mich durch das Level und das Level wieder kämpfen. Scheiß drauf, ey. Oh, schaffe ich nicht. Ohne Mist, das schaffe ich nicht. Zum Schluss hat er mir doch nur eine gegeben. Hätte ich mal das Schiff zum Schluss gemacht. Scheiße. Minus 5 Etta gegen 200. Und dann könnte ich mir das holen. Lohnt sie alles nicht. Dumm. Ah, hui. Oh, holy shit. Ist ja noch eine stärkere Waffe. Hätte ich die mal gehabt. Hätte ich den Kampf vielleicht überlebt. Ach, jetzt doch. Das Viech bestimmt wieder oben. Es sei denn... Ich habe Glück. Dampft viel Leben. Dennoch schaffe ich das nicht. Glaube ich einfach nicht. Nee, boah, ja, kascha, ey. Wenn wir da wiederbelebt werden, haben wir keine Gegner. Gut investiert ist Etta definitiv. Ich kann mal da kurz oben in den Raum reingucken, wenn ich das schaffe. Ich glaube aber eher... Und Erhöhung. Boah, wenn das irgendwas zur Erhöhung beiträgt. Ärgert mich das. Wow, ey. Ich war so knapp davor, das Vieh zu besiegen. Ist denn das Gerät, das hätte ich vorher gehen müssen? Nee. Okay, Karten. Da habe ich mal null Bock drauf. Ich weiß nicht, ob es erhöht worden ist. Sieht aber danach aus. So, wir machen noch mehr Schaden. Meine letzte Chance. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann knallt der Kontrolle in die Ecke. Wieder auf dem Gipfel. Ja. Können wir ja nicht verrecken, ne? Mehr oder weniger. Können wir schon. Komm mal wieder. Oh, wenn ich das packe, ey. Dann ist es wieder so ein richtiges Yes-Feeling, ey. Das war so knapp. Okay. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ach, das verschwindet direkt. Ach, das ist ja die Fliegescheiße. Boah, das ist unmöglich. 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 Boah, das ist unmöglich.